Und, hast du es gesehen? Hey! Das ist ja so Wahnsinn! Das ist ja einfach die Lupe vom 21. Jahrhundert. Ah, du bist auch noch da? Ja, ich habe ein bisschen geklemmt. Also, machen wir schnell den Wettbewerb. Dann können wir noch ein bisschen sitzen und ihr könnt schlafen. Also, es gibt wieder einmal einen Wettbewerb. Nämlich, wie heisst die neue MSL-Mehrpunktverriegelung mit dem einzigartigen Merkmal? Das beantwortet auf www.werkzeugs.tv. Also, folgende Möglichkeiten. Ist das A. Fliplock mit Flipp-Kipp-Falle? B. Fliplock mit Flipp-Top-Falle? Oder C. Fliplock mit Flipp-Up-Falle? Oder Fliplock? Wissen die. Fliplock wäre ich. Gut, du, danke vielmals. Danke auch. Kannst du mal eins mit uns hier ziehen. Euch auch danke vielmals. Und bis zum nächsten Mal. Macht euch gut. Schmeidig bleiben. One another. Yes. Nein, der mag ich. Der ist gut. Danke. Musst du heute noch die Chur? Masi. 0 1 2 4 4 6 3